hallo und herzlich willkommen zurück zum spiel throne and liberty ja ihr wundert euch ganz sicher wo ich jetzt gerade drin stehe und nein keine sorge ich wollte auch nichts kaufen aber ich habe mir mal die halloween collection angeguckt und ich muss zugeben auch wenn ich für dieses spiel kein geld ausgeben werde das sieht schon ziemlich ziemlich cool aus und ganz ehrlich meine main würde da mega geil drin aussehen verkaufszeitraum keine ahnung wie lange das verkauft werden kann da steht jetzt 80 moment wärme jetzt oktober bis zum 14 11 ok bis zum 14 11 morgens wenn es denn überhaupt deutsche zeit ist utc ich habe keine ahnung ich glaube das ist deutsche zeit kann man die sachen noch holen also falls ihr da irgendwie geld für ausgeben wollt kann ich euch das nur empfehlen gerade bei weiblichen charakteren sieht das mega aus das jetzt nur so am rande grundsätzlich empfehle ich natürlich überhaupt gar nicht irgendwas in spielen zu kaufen die sich finde ich übrigens sieht auch sehr cool aus aber die würde ich mir niemals holen was ist das denn hier grinseschnitte auch das das passt ihr aber auch ziemlich gut wenn man den kopf weglassen würde und ich gehe davon aus dass man das einzeln anziehen kann dann würde sie damit auch richtig cool aussehen gerade so dieses dass man halt die beine so ein bisschen sieht und so das finde ich unheimlich geil und den kopf muss man ja nicht ich weiß auch gar nicht wie das mit outfits überhaupt läuft boah verkaufspreis 270.000 ihr wollt mich verarschen in jedem spiel sorgen sie dafür dass halt nicht irgendwie so ein illegaler handel läuft und man die sachen halt nicht weiterverkaufen kann und hier kann man sich jetzt für echt geld die sachen holen und dann noch mal für ja eigentlich sagen wir mal ein paar mikrige hunderttausend dann verkaufen weil wir haben jetzt 200.000 wir haben nicht wirklich viel geld gemacht also wir haben jetzt schon einige folgen gemacht aber noch nicht viel geld verdient in dem sinne und das ist ein bisschen mehr als das was wir verdient haben also eigentlich ist es bekommt man da nicht allzu viel für sind wir mal ganz ehrlich mich wird allerdings mal interessieren wie sich das überhaupt mit den outfits verhält weil es dürfte ja wirklich nur die optik sein also als kostüm und nicht die werte beeinflussen das würde mich mal interessieren und was ich sehr 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 gerne wissen möchte wie man diesen scheiß kopf ausschaltet ich glaube da bin ich auch noch nicht drauf gekommen ich bin mir jetzt aber nicht sicher kann auch sein dass ich das mal herausgefunden hatte ja wie gesagt wir sehen uns gerade im spiel und ihr seht schon im hintergrund wie schön eigentlich hier alles dekoriert ist wegen halloween und ja wir wollten jetzt mal das machen ach so das hatte ich glaube schon geholt oder sind das nicht die verträge sammelt das sind sammelt osteller marken erfülle den vertrag das war ja das was wir immer noch nicht machen können mitglieder einer gilde besiegen nee das ist doch irgend so ein pvp scheiße habe ich keine lust drauf schauen wir mal also unser problem ist ja dass wir ja immer noch hier beim veteran stecken und das hier gerne machen würden das aber nicht machen können weil irgendwie finden wir nichts keine ahnung es geht ja um vertragsverwalterin ilira so hatten wir das jetzt schon abgeholt oder nicht das ist die große frage das gehört zum karmesinwald oder meister des karmesinwalds nee das ist ein das ist ein gilden raid ach nee der karmesinwald ist das wo wir herkommen oder ich bin jetzt total osteller felder waren das genau die osteller felder mit dem monumenten wo wir nicht weiter kam und den zwei dann haben wir es noch nicht angenommen so wobei ich eigentlich der meinung war wir hatten schon angenommen moment auf den steingott an das haben wir schon sammle die gering genau die stein schleudern müssen wir ach osteller marken von goblin schlechtern das war das was wir glaube ich nicht hinbekommen haben weil wir die marken nicht ja das war's ich will das aber nicht verwerfen sondern ich will das machen moment stand das beides unten drin ruft den steingott an ja genau sammle geringwertige aber das ist nicht kann ich nur ein standort absuchen hier drin das kann ich jetzt leider nicht markieren naja gut ist aber auch eigentlich egal wir müssen ja nur die sieht ganz cool aus mit der halloween deko wir müssen ja nur die wir sind die steinen steinwerfer besiegen nehme ich mal an endlich mal wieder eine aufgabe die wir erledigen können sollten hoffe ich mal weil sind wir mal ganz ehrlich ich weiß nicht was ich noch machen soll steinwerfer das meint nicht du du bist ein steinwerfer wieso darf ich dich nicht amüsieren moment e wähle ein ziel habe ich ausgewählt steht direkt vor dir wenn ich wegdrehe ist das ziel sogar noch markiert was soll ich noch machen hallo noch ein ziel noch ein ziel warum kann ich nicht hallo ah jetzt endlich alter wie oft muss man das ziel anvisieren nicht genug weltbaumblätter was soll das darstellen weltbaumblätter kannst du in einem mischtwarenladen kaufen keine ahnung was das ist interessiert mich auch nicht so wir haben aber keine steinschleuder bekommen wieso haben wir keine steinschleuder bekommen ähm so jetzt haben wir eine steinschleuder bekommen ok schlechter schlechter aufwiegler auf den steinwerfer schläger steinwerfer da bist du na komm komm ich will nicht dass der äh ne mal den hier der ist so weit weg ich hasse das muss immer zwei schritte von dem entfernen stehen um die anschießen zu können da hat er auch wieder nichts dabei kämpfer aufwiegler ach ich glaube die marken können wir von denen kriegen die oben diese dinger drauf haben kann das sein zwei sehr schön äh schläger schlechter schlechter wollen wir nicht wir wollen einen steinwerfer 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 da sind steinwerfer wäre ganz gut wenn wir den auch ohne den anderen kriegen würden kriege ich wieder nichts von na toll na gut da hinten ist noch einer oh ne da gehe ich nicht hin das sind blöde arschlöcher mit denen kämpf ich nicht schlechter nee schlechter wollen wir nicht steinwerfer wollen wir da Moment halt stopp nein wer ist von euch der steinwerfer der hallo ah jetzt Leute wir verstehen doch sowieso nichts das ist auf englisch also irgendwas mit wir sollen ich habe jetzt auch nicht ganz zugehört muss ich ganz ehrlich sagen weil ich habe es mir abgewöhnt ihr zuzuhören weil ich sowieso die Hälfte meistens nicht verstehe die redet immer dann wenn ich dann irgendwo noch im Kampf bin oder so und mein Gehirn hat sich irgendwann gesagt wenn die Stimme kommt das ist nicht so wichtig und Moment ach ne das haben wir schon gelesen okay das ist aber keine schöne Deko wo man da durch muss ach die fliegen hier sogar die Gespenster ach cool das ist ja geil so ich habe den Vertrag erfüllt ja habe ich ja nur schon ein paar mal gemacht ne ja die Frage ist können wir jetzt endlich mal unsere Hauptquest weitermachen das sieht mir nämlich eher nicht so aus aber da steht irgendwas mit der Hauptbahn der Wache am See ach so das ja das war ja das was wir schon hatten die Frage ist er ist jetzt endlich freigeschaltet nein wir mussten also insgesamt glaube ich jetzt das war jetzt der vierte Auftrag oder so den wir für sie gemacht haben vier Aufträge sage ich jetzt mal machen und dann können wir endlich da weitermachen oh mein Gott oh mein Gott ach so Moment äh aber diesen einen obwohl den können wir auch drin lassen ist mir ja scheißegal ob der da drin ist oder ob der nicht drin ist oh hallöchen was bist du denn können wir mit dem sprechen oh cool ach ne das war der ich will mich nicht umsehen ich wollte eigentlich mit dem Geist reden aber das kann man anscheinend doch nicht ähm Moment der Typ der ist irgendwo hier gewesen oh ich muss die Mist hier endlich mal weg machen so wir kommen endlich mit der Quest weiter hatte ich doch das richtige Näschen hallo bricht man das ab so sprichst du endlich mit mir wie geil ja das ist unser Wachposten warum bist du hier ich möchte zum Hauptmann der Wache ach so ja zwei Sätze in einen okay ich habe Beweise für eine Goblin Verschwörung ein schwarzes Herz besitzen Vorderpfoten Richtung Spinner verfluchte Goblins diesmal haben sie sich mit Archeum verbindet woher weißt du das das schwarze Herz bezieht sich auf Archeum der zweite Teil bedeutet dass sie angreifen wollen ich habe diesen Kot vor 10 Jahren schon gesehen Archeum und die Goblins wollen den Karmesinwald überfallen nur über meine Leiche danke überlass den Rest uns ja ich wollte nur kurz einen Schluck trinken vorher Moment mit wem muss ich sprechen mit ihm geil er sagt der Hauptmann jetzt habe ich vergessen was er gesagt hat der Hauptmann so sinngemäß der Hauptmann hat nicht geglaubt was du über die Goblins gesagt hast weil irgendwas vor 10 Jahren glaube ich passiert ist den Rest habe ich jetzt nicht mehr im Kopf und die übersetzen das mit worüber hast du mit dem Hauptmann gesprochen also diese Übersetzung ist wirklich ja folgendes weiß ich also da steht der Rest drin von wegen dem Hauptmann ist vor 10 Jahren etwas ähnliches widerfahren okay ähm ja kommt wieder nichts aber wenn Goblins beteiligt sind ist es möglich dass auch Archeum mit im Spiel ist ich habe Angst dass Hauptmann Ruffalo sich hinreißen lässt also das ist wohl sehr ungestüm der Kerl um das mal zusammenzufassen übrigens wenn ich euch stimmlich ein bisschen angfietsche tut es mir wirklich leid aber äh muss ich denn jetzt hin dahin oder dahin aber meine Stimme ist immer noch sehr in Mitleidenschaft hä er zeigt mir doch irgendwas ach so Widerstand Vertragsmünzen das war das andere okay das heißt wir müssen jetzt Rat des Goblins wir müssen wieder zurück zu dem einen okay wo sind wir jetzt nochmal genau da nee äh da das heißt wir müssen irgendwo hier hochreiten ja aber ich glaube da kam man hoch oder oder zumindest dass man sich hochziehen konnte doch hier geht's hoch ja da kommen zwar die blöden Goblins hier glaube ich auch die die mir auf den Sack gehen wobei wir könnten rein theoretisch na komm so sieben Marken muss ich sammeln ne Moment du bist keiner du bist einer du bist einer du bist einer du bist einer ein bisschen aufwiegler weil wir könnten das sonst mal eben nebenbei noch machen ich will nicht zu nah rangehen wegen diesem Blödmann daneben dann so da haben wir noch einen und wo können wir noch welche rausziehen den vielleicht noch Hallöchen komm mit mir mit und da ist noch einer das ist jetzt so weit weg willst du mich veräppeln so haben wir noch irgendwo welche die nicht so direkt im Umfeld von diesen Idioten da sind da ist noch einer ne du nicht ich will dich haben man ich bin zu weit vom Ziel entfernt was soll das komm mit mir mit so ich möchte dich nicht hier mittendrin haben so da haben wir nichts mehr da ist ein Schläger in der Nähe aber das kriegen wir noch hin hoffe ich zumindest wie war das das sind aber nur irgendwie die Effekte die abgehen oder keine Ahnung was das anderes das hat ja irgendwas mit Teilen zu tun das weiß ich noch aber so ähm wir haben wir haben achso wir haben schon alle achso ok weil dann können wir die auch in eine mit abgeben ja ja ist ok ähm weil ich bin ganz ehrlich warum sollen wir die jetzt löschen löschen will ich sie auch nicht irgendwie aber sie hat mich doch ein bisschen genervt weil die halt unten rechts die ganze Zeit steht nur das mit den sieben Monumentensteinen das habe ich bis heute immer noch nicht verstanden und ja da da auch noch keiner drauf reagiert hat gehe ich mal davon aus dass ihr das auch nicht so wirklich verstanden habt da müssen wir gleich mit sprechen müssen wir das bei ihr auch abgeben normalerweise ja ne es ist automatisch warum mussten wir das andere dann abgeben aber wir haben automatisch da Marken bekommen anscheinend ich denke mal das sind diese hier ne Vertragsmünzen ja ok müssen wir nicht nochmal abgeben ach das waren die Kaninchen ja stimmt da war doch was mit streicheln ich bin ein Mensch nein äh das ist das Schriftstück aus der Truhe wie es gab keins sonst nichts es gab keins tja ich glaube das ist eine Falle komm wir müssen den Hauptmann der Wache alarmieren der Hauptmann der Wache ist bereits zum Karmessinwald aufgebrochen oh nein das ist übel was tun wir jetzt bei dem Tempo kann nicht einmal der Hauptmann der Wache oh warte der einäugige Falke wird wissen was zu tun ist wer ist der einäugige Falke Henson Pilat der ehemalige Hauptmann der Wache er ist wahrscheinlich am kleinen Wachposten am Mondsichelsee wir müssen den einäugigen Falken so schnell wie möglich einweihen ok ja dann werden wir doch mal dahin fliegen also fliegen dürfen wir ja nicht wir dürfen ja nur äh gleiten mehr dürfen wir ja nicht warum auch immer so ein Adler nicht ähm fliegen darf und nur gleiten darf und laufen laufen darfst du aber noch komm darfst du auch gerne schneller laufen boah äh äh 200 oh nein wenn mir schon irgendjemand folgen muss dann nicht dieses Mistvieh da von dem da habe ich richtig schlechte Erfahrungen mit nein die Gruppe also diese Schamanen oder was das waren die Gruppe muss mir nicht folgen nein nein ähm so ach da ist auch einer die Steinwerfer machen ah ne da ist einer die Gruppe machen so was aussieht ach wir sind hier am Wasser da waren wir auch schon mal Moment Moment erst einmal schauen alter Geheimdienst 122-3 nachdem Reville im Belforet Belagerungskrieg gestorben war wurde seine Beerdigung in der Hauptstadt ausgerichtet die militärische Macht Archeums scheint unverändert zu sein es ist davon auszugehen dass Kasar Asbald den neuen König auswählen wird gemeldet von er äh du bist der mit dem ich sprechen muss hi oh trotz Bart sieht doch nett aus ähm ähm bist du der einäugige Falke ach jetzt verstehe ich den Namen auch sollte nicht böse wirken hier ein Goblin Schriftstück lass mich die Situation erklären kannst du den letzten Satz finden ich werde den letzten Satz suchen butcher ist das falsche Wort ich hab Diablo gespielt okay Goblin Aufwiegler müssen wir diesmal besiegen Steinwerfer Schläger ich brauche Aufwiegler warum ist der Wolf eigentlich so lahmarschig ah Moment ja kannst du wieder nicht ich weiß das ist einer von der Bildensorte das ist einer von der Bildensorte ja ich würde mal sagen das ging jetzt schnell gehe zum Gestirnsebenen Monumentstein aus dem geheimen Schriftstück okay also der Typ hilft mir jetzt aber nicht ne wenn ich das jetzt richtig verstehe äh ich muss oh der Boss ist hier in der Nähe den haben wir erst lange gesucht und jetzt möchte ich ihnen auch nicht unbedingt begegnen wobei ich nicht weiß ob man den angreifen muss bis der aggro wird oder ob der schon so aggro ist so ein Monumentstein und nun nähere dich dem Goblin der irgendwie anders ist die sind alle irgendwie anders hier leuchtet ach ne das ist nicht der Goblin oh Hilfe achso hier vorne der Goblin der irgendwie anders ist hat der sich jetzt verkleidet oder was ich wusste es darf ich fragen wer du bist was führt dich hierher dieser letzte Satz könnte ein Hinweis auf ihr Ritual sein da wissen wir beide wohl etwa gleich viel ja super Idee und dann wird es Mitternacht und dann werde ich wieder zum Menschen und dann bin ich am Arsch oder was du kommst nicht mit Hallo Kumpels ich bin ein bisschen spät dran wartet auf mich Goblin-Tanz um im Ritual teilzunehmen wie soll ich das machen wie soll ich das machen achso hier unten oh Mensch eine Ballerina versuchen wir das nochmal achso also dann soll ich die zwei nehmen nehme ich mal an okay nee ach ich muss das machen was die machen aber das ist nicht warte mal die vier müsste das sein oder nee die eins oder nee die vier ja ich war ein bisschen spät ich war am gucken was die machen tut mir leid sprung 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 nee bei der zwei glaube ich springt er auf oder ja naja es war die zwei finale keine Ahnung ich habe jetzt nicht geguckt so schnell äh Goblin-Tanz finale erlange den Befehl muss ich die jetzt angreifen oder was nee ach der ist noch hier achso ich dachte jetzt ernsthaft ich muss einen von denen angreifen okay ja das war's wieder mit dem reden das Wappen ganz unten ist wohl von danke ach was soll ich tun go to the starlight observatory ruins and let the god know about the goblins attack plan in the meantime i'll gather some troops time is of the essence hurry i'll meet you there the missing sentence said that an elite contingent of her stellar goblins was headed for the starlight observatory ruins you went back to the ruins to warn the guards of the ominous news hearing this henson left to assemble troops es sind noch drei drin mach beim wieder da sind aber verschiedene die ich noch machen muss wobei das jetzt relativ schnell ging hier ich würde aber trotzdem normalerweise sagen auch wenn er gesagt hat wir sollen uns beeilen dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache vor dem großen Finale ich bin mir halt nicht sicher wie lange das jetzt noch dauert ich bin überhaupt erstmal mega mega froh darüber dass wir jetzt endlich weitermachen können ich weiß auch nicht warum man da diese Aufgaben viermal oder vielleicht haben wir es auch fünfmal gemacht ich weiß es nicht ich glaube dreimal mussten wir das machen die haben wir dann glaube ich auch abgegeben oder die sind so abgeschlossen worden ich weiß es nicht mehr und ja dann nachdem wir mit ihm nochmal gesprochen hatten mussten wir das dann nochmal machen und irgendwie ich weiß auch nicht das war halt so das wodurch ich immer hängen geblieben bin aber ich bin auf jeden Fall sehr sehr froh darüber dass ich endlich mal weiterkomme und ja bedanke mich hiermit auf jeden Fall auch fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gibt es dann quasi das Finale von diesen ja ich sag mal diesen Kapitel von den Veteranen sterben nie bis zur nächsten Folge ciao vielen vielen Dank an meine Unterstützer BeatKrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo lasst doch gerne einen Kommentar da und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge ciao